Immer wissen, wie es um Ihren ID-Bus mit langem Radstand steht? Das Infotainment-Display verrät Ihnen alles, was Sie zum Fahrzeugstatus wissen müssen. Mit Auswahl des Menüpunkts Laden zum Beispiel sehen Sie sofort, wie hoch der Ladestand ist und wie viel Reichweite Ihnen voraussichtlich noch zur Verfügung steht. Dort können Sie auch Änderungen in den Einstellungen vornehmen. Übrigens, auch das Cockpit-Display am Lenkrad zeigt Ihnen Informationen zum Ladestand Ihres Fahrzeugs.